Hallo und Willkommen zurück zu Borderlands! Teil 1 Auf dem Weg in Chrom's Canyon, eigentlich halt, da sind wir schon Ja, in dem sind wir schon drinnen Das nächste Fragment, Chrom's Canyon Und ich hab da noch nicht drauf gedrückt, so Wir sind jetzt an einem anderen Tag, sein Spiel ist irgendwie gedesüngt, weil er noch Fleisch sammeln muss Ja, nicht so schlimm Das Problem ist, dass er vielleicht nicht mehr da ist, so können wir es jetzt erstmal nicht einsammeln Ja, also im Notfall mache ich es halt im Single-Pair Mich interessiert, ob ich die Erfahrungspunkte dann doppelt kriege Aber ich denke mal, ich kriege sie dann einfach gar nicht, wenn du die Quest nachher abgibst Nein Das hat wohl nicht gegeben, ich gehe mit der nach Was soll's Nicht gelingt Du gehst dann rechts Ich töte den Banditen hinter uns Ich töte alle Gegner Das sah nicht so aus, als würdest du alle Gegner töten Ja, aber die hier oben Ich muss noch einen Haufen Menschen töten für Menschenfeind Ich muss noch einen Haufen Menschen töten für Menschenfeind Ich muss noch einen Haufen Menschen töten für Menschenfeind Mein neuer Revolver ist supergut Und alle anderen Waffen sind irgendwie schlecht Ich weiß nicht Aber bei mir ist meine SMG auch eigentlich die beste Revolver-Munition irgendwie ein bisschen mehr mitnehmen könnte, das wäre uns Ach, geht ihr die echt aus? Noch nicht, ich habe jetzt noch 115 Schuss, aber Eine revolver hat halt nur 6 Schuss mal verziehen Das ist auch irgendwie Ja, aber du hast nicht so eine schnelle Schuss Dingens wie ich Ich verballer Schüsse im Sekundentag Ich hoffe doch, dass du schneller bist als ein Schuss pro Sekunde Naja, das ist wahrscheinlich schon Ich habe das Gefühl, ich schieße 2 Kugeln in einer Sekunde 3 Sekunden ins Magazin ist leer Oder weniger als 3 Sekunden eigentlich sogar Okay, heimtückischer Unmensch Ja, du hast nicht so schnelles Nachladen Das war nicht gut Mach den Tod Versuch Versuch Ich kann nicht so schnell der hochkomme Ich mach was Was? Ah, sehr gut Schauen wir in Ordnung Schauen wir uns an Versuche Mist, nur Sniper-Munition Warum droppen die Sniper-Munition? Damit schießt hier keiner Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Frag mich ja Ach nee, jetzt sehe ich ihn nicht mehr Da oben ist ein Gegner Ja, einen kann ich sehen Ah, nicht mit der Waffe Mit der Waffe Heimtückischer Wüster Okay, das kannst du auf der Waffe vergessen Wenn so ein Ding zu Sniper Hehehe Ach komm, krieg doch Feuerschau Keine Pistole hier drin Rot ist tot Ne, du Schottkann Ei Guten Tag Guten Tag Bequenz Nein, Klappe Machen wir ihn fertig den Arsch Du kannst ja mit Superspeed unsichtbar bis zu ihm hinlaufen Potenziell? Gehe den anderen Weg Ah, da war noch einer Okay Wo shit? Bin jetzt bei einer runtergeschmettert Dann gehe ich unter deiner Brücke lang und gehe auf der anderen Seite hoch Lass hier auf, dass du nicht stirbst, Alter dein Leben ist schon ein bisschen low Schau in Ordnung, das war das nicht So Dann laufen wir mal zu Quam Dieser Ebene Also ja, da oben gibt es noch mehr Gegner Hahaha, Gegner Juhu Ja, irgendwie spreng die hier ziemlich viel Dump, da, dam, da Da, da Na, Krom, wie geht es dir? Sag mi ist Hallo Wahnsinn Neger Wie soll ich kommen? Ah, okay Na, Statt noch Gegner um mich herum Nein, ich weiß nicht ob mich recht hat Jemand da hochgekommen wäre all kommen schon mal tot ab seine waffe kommt zeit mache ich mal die kisten hier auf hat sie bei dir auch auf gehört zu reden das letzte was sie gesagt hat war ich tätig fast ohne meine hilfe einen weiteren teil des schlüssels gefunden also bei mir hat sie bei dem einen aufgehört was ohne meine hilfe ein naja was soll's wir kennen sie ja diesmal schon hast du echt gar kein leben oder ist das eine das ist dein leben du hast keine rüste ich habe zwischendurch ein paar gegner ausgelassen aber wir müssen ja insta tot ja du hast recht dass der da unten ist sondern wenn man kommt kennen auch schon fertig also ich jetzt nicht unbedingt weil ich noch mal rein so großen ganzen ziemlich fertig potenziell ja bevor er ist nichts mehr zu tun nass ist was sei es nass und damit gelder warum lag der ob das tut aber liegen lassen na du bist unten lang gegangen das musst du wissen was hat er noch geld ist ein gegner von dir gestorben und runter gefallen dabei und das ist auch möglich explodieren ja gerne ich sehe schon den exit und es wundert mich dass du mich noch nicht überholt hast da hast du zwei items liegen lassen jetzt gehen muss halt aufladen dass sie nicht eingesammelt wundert mich dass du das nicht einsam ist na gut geben wir die doch jetzt erst einmal ab ich hatte mal gibt dann gehen wir mal als allererst oder warte welche von dem quest ist die haupt questige wieder als letztes ab das ist die haupt okay und dann nennen 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 Wo bist du? Ah, Blackboard. Dann, als Graveyard haben wir das auch zur Auswahl an dem Ding? Ja, als Graveyard, ja, willst du da unbedingt hin? Ja, da müssen wir hin, da willst du doch sein Dosenfleisch haben. Oh, ja, 6 von 10. Der hat doch so einen Heißhunger auf Dosenfleisch. Hallo Gegner, Schluss Gegner. Eine Quest abgeben. Und als nächstes müssen wir zum Middle of Nowhere. Ich glaube zumindest, dass es im Middle of Nowhere ist. Okay, Sekunde. Oder, weißt du, was Common Middle of Nowhere war? West, äh, äh, Ost meinte ich, sorry. Ost? Hm. Ost, Common, East. Ah. Au. Oh, ja. Hä? Das hat nicht funktioniert. Ja, ich war noch in einem Menü, Mann. Oh. Das stand doch im Bildschirm drin, ne? Da hab ich nicht drauf geachtet. Okay, dann müssen wir den restlichen Weg wahrscheinlich fahren. Ja, dahin. Erst mal die Dinger hier öffnen. Man kann nie genug Gegenstände öffnen. Weil ich glaube, ich hab das Achievement dafür noch nicht. Das in Game Achievement. Welches generierst du hier jetzt? Du, wenn du schaffst nicht abzukratzen und diesen Krom mein Alien-Artefakt wieder abzujagen, bleibt mir bloß vom Leib damit. Verweins! Gib es Tennis, bauen Weisenhaus davon, mir ist alles egal, aber bring es nicht hierher zu mir. Also, was hat er denn dagegen? Okay. Äh, jetzt fahren wir zurück zu Rust Commons West. Das hat sich irgendwie doch nicht so gelohnt. Ja, wir müssen ja in Westen. Wir waren doch gerade eben nicht in Westen. Hallo? Ja, aber... Was? Äh... Das ist doch Mittel auf Nova gesagt. Ja, weil ich nicht wusste, ob das Rust Commons West oder Rust Commons East ist. Oh? Oh. Da hättest du doch einfach einsteigen können. Ich hab gar nicht gemerkt, dass das Auto sich mit teleportiert hat. Also, Rust Commons West, wir müssen zu Tennis. Ah, warte mal, sagen wir mal, ob ich langfahren muss. Äh, okay. Ach so, genau da rein. Ah ja, stimmt, da konnte man ja nicht reinfahren. Bam. Bingo. Äh. 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 Stopp. Wo läufst du leid? Na, den kürzern Weg. Weiß ja nicht, ob der kürzer war. Na, ich war schneller oder nicht? Ja, aber das lag darum, weil ich erst später da hingefahren bin. Äh. Äh. Warte, warum muss es lang? Da lang. Ich glaube, wir gegen die Steinwand. Das ist nur ein einziger Weg. Ich wollte aber gegen die Steinwand laufen. Oh cool, die setzen sich ja sogar hin, diese Viecher. Das sind Fledermäuse oder was? Na, sie können abhängen. Hi Tennis. Janestown Geheimnis treffen. Ah ja, kriegen wir jetzt. Ah ja, jetzt fährt die Zugbrücke runter. Hast du jetzt eigentlich XP bekommen? Schwer zu sagen, es wurde zumindest nichts eingeblendet. Ich glaube nicht. Hast du denn mehr als der, den zweiten Strich? Kommen wir zum Zweit. Ach ja. Unser Ton, der zweite Strich. Uten an der Leiste. Neue, neue Flasche. Auf nach New Haven. Sag, wie weit bist du unten in der Leiste? Eins, zwei, drei.... Und noch gleich Flaschen danach. Dann habe ich definitiv kein XP bekommen, denn ich habe zwei. da ist die kiste nicht mitgenommen ich war halt im auto ehrlich gesagt ich habe das trotzdem ist ja nicht mitgenommen ich steige um ich war selbst bleibt zurück kannst einsteigen wenn ich durch die tür bin wir wollen nach new haven also eine reporter was wieso wollen wir jetzt machen ja falls neue quests ergibt uns im mittel of nowhere jetzt auch hat mir klappt gerade gesagt ich wollte zur zugbrücke aber gut wir müssen dann eh zum mittel of nowhere und von dort zur zugbrücke dann passt das ja ganz gut ja stimmt diese questreihe hatten wir auch noch also sagen wir wenn ich teleportieren soll ich muss jetzt mal gucken und da schon mal nichts wenn jetzt nicht sicher wer was hat aber einfach mal hier schon mal den wappen okay die hat was helena pierce die bürgermeisterin hat christ noch signal das ist das hier und wie wir aktivieren der funkstation und station funkstation funkstation hey was heißt denn im englischen die kürzer zu sagen zum beispiel we light the beacons benutzen ja das könnte sein keine quest okay blackboard sieht rot aus hat keine quest ganz teleporter okay wieso ich auch immer du willst jetzt aber jetzt noch mehr genau jetzt und naja let the beacon haben wir brauchen wir noch ab 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 problem banditentrasche green thump obwohl ich glaube dass eine kann man nicht am platz und retten aber zwei müssten erschossen was wollen können eigentlich warum springe ich runter sind zwei betreffelte new religion insektenklage da fehlen noch claptop rescue banditenten hast du da ahnung was green thump ist grüner daumen das könnte die quest sein wo der eine probleme hat mit seinen mega sonnenblumen das ist hier in russ commons east ist der ist das ein spezieller typ die wir ansprechen müssen oder ja stimmt ich weiß wo der ist willst du den jetzt ansprechen ja weil das ist die quest die noch wählen würde also von denen die wir jetzt so ganz umgehend holen können ok moment mal sehen ob ich den noch finde ich glaube aber das war ziemlich einfach den zu finden weil da sind riesige sonnenblumen da ist es ja schon ich bin geradewegs auf dem weg dorthin und dann schreckt hier hallo grüner daumen nehm an hab schon neue mission ok was machen wir jetzt wir haben ziemlich viele hier drin aber dieses blöde stück metall am boden das ist aber wir müssen erst mal die brücke aktivieren wir müssen darüber das darfst du machen also die brücke ist echt steil das geht nicht mal mit boost aber was machst du hier also ich konnte damit boost rüber ja rüber du bist runtergefallen ja du hast mich auch so blockiert dass ich keinen speed habe ja aber die war eh gerade am sinken das ist doch irrelevant ok machst du das hier und ich fahr weiter zur insektenplage habe hier was eingesammelt ein ventil ach so ist das nicht mehr als eine sache einsammeln ja jetzt muss ich das irgendwo einsetzen das ventil und ich weiß nicht wo ok jetzt weiß ich wo danke kann es wieder wechseln ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher wo die insektenplage ist das ist nervig ich muss da rein wo man nicht mit dem auto fahren darf naja was muss ich denn damit machen muss ich mir anklicken oder was ich dachte ich muss gegen schießen aber wahrscheinlich benutzen achso die erde webt aber ganz schön hier vielleicht ich hab's gefunden grüner daumen bereits im abschluss wow er ist heftiger als ich dachte einmal mit dem auto gegen fahren reicht nicht das auto ist weg ja und ich krieg den nicht totgeschossen oh aha gut danke kleiner gegner also ich geb die grüne daumen fest dann gleich ab ok ich weiß gerade gar nicht was für ein typ der ist der sieht sehr blau aus ich weiß aber nicht ob er wirklich elektro ist ich würde davon auswählen doch fest abgeliefert 14.000 sehr nice soll ich da jetzt hin wo taylor copp ist oder ok das ist sehr leicht warte mal nein nein das ist die hauptquest dann sag mir was anderes es hat sich automatisch ausgewählt was kann ich denn dafür mein gott wenn mir was auswählen soll ich bin am kämpfen also soll ich zu dir kommen kann ich auch machen kannst du vor mir was machen ich kann nicht so viel damage machen weil sein schwachpunkt ja dahinten ist also bei den viechern generell der fall ach so machst du die quest wo du so ein viech töten sollst kann mich gar nicht erinnern dass hier eine war ich kann mich gar nicht erinnern dass hier eine war hui das ging da Witwenmacher ah ja doch bumm bumm also gegen fahren will ich dir nicht empfehlen das versuche ich auch nicht wo ist er abgetaucht das ist die frage oh okay auto hat es überlebt er war schon geschwächt genug er hat ein artefakt gedroppt er hat ein artefakt gedroppt was ein artefakt was für eins für sirene natürlich für sirene kann ich das einsetzen wo werden die ihn hier kann ich einsetzen mann sei froh was habe ich jetzt explosion stufe 5 aber ich bleib bei säure oder was meinst du es besser boah krass dass du da schon stufe 5 hast so beneidend bist du dass die ganzen artefakte immer für dich sind obwohl ich ihn auch noch gelastet habe so du musst dann mal quest tauschen würde ich sagen die flugblätter müssen wir die jetzt echt verteilen ok auf an das dorf ich steig aus du fährst gleich zum nächsten weiter ok also du bringst mich bitte noch ein bisschen näher ran ist das das hier ja das reicht ihr bekommt ein flugblatt von mir ich habe das in erinnerung da muss ich ein flugblatt wegreißen ich kann mich nicht erinnern ehrlich gesagt achso die insektenplage hatte noch mehr aufgaben na toll da ist ein QR-Code ist der die aufgabe ne jetzt bin ich zwar hier aber ich weiß trotzdem nicht was ich tun muss ja das musst du tun ok lass mich das kurz durchlesen bevor ich dich da umbringe ah ich werde hier fast hier über eins von sechs ok wo ist das zweite auch hier ach Mist die liegen alle hier rum naja das kann ja du kannst wieder umschalten ich muss sich noch ausgestiegen du bist du ah nein das ist nicht richtig der hat das flugblatt getroppt ich muss die also umbringen ich muss die also umbringen ok eins noch ok ok ich hab's ich möchte hier raus holst du mich wieder ab oder muss ich mein auto holen mal schauen falls ich zufällig auf der strecke bin wo du eh lang willst hä nein warum solltest du da sein du bist ganz schon mal weg ich darf nur gleich einen Herold töten ja ist er auch da unten äh wenn du mir sagst warte dein auto ist noch ganz oder ich kann mich ja dann teleportieren ja aber du kannst ja auch gerne ein neues Auto machen weil das ist nicht weit weg nicht weit weg wo muss ich denn dafür hin ich hab bei mir keine Markierung durch den Tunnel ja durch den Tunnel erstmal ah geh ich jetzt durch diesen Tunnel der Herold ist anscheinend ein Feuergegner das schaut zumindest so aus nein erst mal einen anderen Spinnrad überfahren der hat bestimmt noch das ist gar kein Feuergegner was ist denn der Herold jetzt überhaupt hingelaufen ich hab's nicht weit äh wo ist der Herold ach da ist der Herold ich dachte schon vor mir sind nur heimtückische Gegner dein Auto hat zwar nicht überstanden okay ein heimtückischer Brandspirat ist auch zu heftig um ihn zu überfahren aber du hast ihn gut genug geschwächt das ist hä wo ist er ja danke jetzt konnte ich ihn nicht umbringen jetzt beleg ich den dir ja unter den Kleinen da hinter dir ja wie denn glaubst du ich kann ja auf die Entfernung gescheit treffen ich meine den Kleinen hinter dir du drehst dich ja nicht einmal um hä das denn Herold der steht aber mal neben mir äh wieso jetzt achso war das gar nicht der Boss den ich umgefahren hab sondern nur irgendein random nein das war Feuer dass du den einfach umfährst was glaubst du noch warum ich auf den geschossen hab ich wollte mich halt hier wiederbeleben und das soll jetzt aus dem Outdoor aussteigen das hat ja gar kein Leben mehr naja es hat noch fast 100 Leben ein bisschen kritten klein kann ich alle überfahren okay der war nicht klein genug ja genau deswegen solltest du das ja eben nicht tun das ist doch nicht schlimm da ist ja noch ein kleiner ich hab mich nämlich umgedreht und den Kleinen hinter mir umgebracht statt wie du zu schreien oh Gott der ist zu weit weg ja den den ich angeguckt hab der war auch zu weit weg tu mir allein wenn du den der direkt vor mir steht in mein Gesicht einfach umbringst zu dem Zeitpunkt warst du doch noch ganz tot oder? doch natürlich was glaubst du warum ich tot war weil ich den umfahren wollte ja und ich dachte mir jetzt ist er geschwächt genug dass ich das hinkrieg mit meinem aber warum tust du das wenn ich mitten in dem stehe? na um mich zu töten und dich dann zu heilen so wie ich es auch so ja wie als wenn dich nicht einfach umbring und dann steh ich sofort da weißt du? Helop ist tot Glückwunsch ein Helop weniger wir haben nur leider kein Auto mehr das ist natürlich das ist sehr doof als wenn das Catcher Ride so weit weg ist geh weg Gegner ich seh's ja leider nicht auf der Karte also geh ich einfach da oben hin wo du warst doch selber schon da warum solltest du nicht mehr wissen wo das ist? ach das ist dasselbe Catcher Ride warum sollte das ein anderes sein? das macht gar keinen Sinn keine Ahnung es gibt ja bestimmt mehr als eins auf der Karte ja aber direkt in der Nähe gibt es nur das vor allem läuft man doch immer zu dem wo es am kürzesten ist aus dem wo willst du jetzt eigentlich hin? wo ist es zum schwarzen Dritt? ich will erstmal in ein Auto rein oder einen Ort wo ich meine Map wo ich das öffnen kann ohne dass mir die ganze Zeit gegner was machst du? ich fahr zurück zum schwarzen Brett ohne zu fahren ich teleportier einfach was soll das? warum? ja du wärst doch sowieso hier hingefahren jetzt kannst du die Quest gleich abgeben ja ich weiß nicht ob ich hier hingefahren wäre ich muss doch erstmal die anderen Quests durchgucken na dann guck ich gebe zwei Stück ab schau mal schau mal wo das oder warte und hier ist eine neue alter Ego-Gottloses Monster so ne neue Quest du fährst mich so damit dass du alles umschiebst ah ok gut die ist sogar hier und oh das ist von hier aus näher wer hätte das gedacht was ist die da? ok das ist auch hier ja gut die hätten wir hier erst angeben das ist ein Zufall ok ich gehe zu dieser Station und aktiviere das weil das ist nur die erste wenn ich es gemacht habe musste mir natürlich zeigen wo die zweite ist und du fährst ganz nach Norden und kämpfst schon mal gegen das Viech Hallo Leute ich bin da Oh, hallo Gegner Böse Gegner ich glaube ich erinnere mich an diese Quest schwarzes brett doch ziemlich war dann schon mal der teil wo sind die zweite darfst den questmarker ändern falls du willst aber ich denke den gegner findest du der ganz im norden war scheiße hat er mich kurz bevor ich weg war erwischt das ist aber ungünstig ist hier nicht irgendwie noch vielleicht ein gegner der nicht schneller töten kann komm doch mal dahinter aus dieser kack deckung gott sei dank doch der haus hälfte alle drei sekunden oben ich war gerade im auto und wollte den rückwärtsgang einlegen auf einmal ist es in die luft gejagt worden ja weder diesen typen damit elektro also wenn der verbinde ich immer insta kill also wenn das auto schon raucht da würde ich mich nicht mehr reinsetzen es war ein niegelnagel neues auto ich hab's ja draußen geparkt um die quest zu machen und jetzt bin ich rausgegangen um einzusteigen es war niegelnagel neu der hat das ganze ding gewann hat kill das ist irgendwie seltsam überhaupt nicht seltsam so darf ich den ganzen weg laufen doch das ist was muss ich ihn jetzt hier machen ja den typen töten ich habe aber wo ist denn der markierung hattest du doch gerade ja muss ich mich da in die meter hinstellen dass er rauskommt ja muss ich ja dass das dachte das ist so ein ding so ein mini-viech eigentlich soll ich gucken dass ich den hier raus scheuche und dann gucken ob ich im auto drüber fahren kann weil das macht keinen sinn dass ein auto an so kleinen ding kaputt geht eigentlich dann probiere es falls er raus gelockt werden kann natürlich kann er das kann er da ich bezweifle dass es nicht könnte es ist mir natürlich ins gesicht gejampt eine verwirrung hat nicht mehr angehalten wo ist er sehen nimmer bei meinen füßen ja der ist echt bei meinen füßen das kleine fiech ich über eine quest haben jetzt eigentlich eine bindung an anderen kösts das hier das monster so das ist der angenommen und dass ich es gemerkt habe ja ich habe eine neue quest angenommen habe als hölle ist dass der für ein laser beam mitten über mir in der luft von diesen drei standorten aus und die kommen dann alle dort ich glaube das hat man da querste tun die ich gerade gemacht habe ich gebe dann quest ab willst du ein gegner töten damit wenn ich sp-boost kriegen aber es ist nur eine quest die ich abgeben kann aber trotzdem wo man es jetzt ist wo bist du jetzt bis jetzt wieder ich bin im mittel of nowhere am schwarzen brett ja dann gib ab alter ego gottloses monster ok ich gebe ab du hast keinen gegner getötet oder ich habe keinen exp-boost bekommen okay dann warte mal gucken wo ist denn die ah ja die ist da ok geben wir erst mal noch das ab aber das machen wir im nächsten part bewertet nicht vergessen und ciao tschüss